So meine lieben Freunde, Hallöchen, Puppechen und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Sommer in Mara. Ja, beim letzten Mal in der Premiere hat die liebe Sims Movie Star, die Lottchen hier nochmal gegrüßt, ein paar schöne Tipps hinterlassen. Dementsprechend würde ich das dann auch gerne so nehmen und mal versuchen so einigermaßen abzuwägen. Jo, ist ja mittlerweile wieder ein bisschen her, als ich das Spiel das letzte Mal Let's Played habe. Dementsprechend ist es immer ein bisschen schwierig, die Vorbereitungen so zu treffen. So, gut, wollen wir aber jetzt mal losmachen. Wunderbar. So, Koaline, los geht's. So, Harkus Blumen zu Ereti, okay. Äh, warum wird denn angezeigt, dass die am Mitternachtsstrand ist? Ähm. So. Hm. Sekunde. Mhm, 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 mhm. Alles klar, weiß ich Bescheid. So, ich würde gerne gucken, ob ich alle Tiere füttern kann. Weil mir wurde ja gesagt, ich soll's mal machen. Okay, hier sind alle Tiere gefüttert, das ist gut. Herzchen. Füttern. Gut. Jo. Jo. Ja, ich vergesse immer die Schafe so ein bisschen. Ich glaube, Hühner habe ich jetzt alle. Okay. Orangen habe ich auch einige. So, ein paar Zitronen. So, also mich noch die Äpfel mit. Wunderbar. So, jetzt kommen die Schweinchen dran. Ah, Kirschen vielleicht noch. So, du wirst gefüttert. 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 Du natürlich auch. So, habe ich hier was vergessen. So, die Schweinchen müssten jetzt alle da sein. Müssten jetzt alle gefüttert werden oder sein. So, jetzt nehme ich noch ein paar Eicheln mit. Aber eigentlich habe ich von allem genug. So, die Schafe nicht vergessen. Dann müsste ich eigentlich auch alles haben. Ich gucke trotzdem zur Sicherheit noch mal alles nach. Aber ich glaube, die Hühner habe ich. Mhm. Nein! Och Mann, das sind doch meine Beeren. Vor euch pflanze ich doch den Mais. Ah. Ah, ja. So, okay. Mhm, 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 mhm. Jo, ich ja gut. Ach, die Koa-Niere-Gang. Das ist cool. Ja, die Koa ist schon eine coole Socke, muss man sagen. Ähm. Jo, Hühner habe ich jetzt aber wirklich alle. So. Schweinchen auch. Jetzt will ich noch mal alle Schäfchen füttern. Und dann will ich mal gucken, was passiert. Ähm. Die Koa brauchen wir noch was zu essen. Da nehme ich noch mal einen gegrillten Fisch. Super. Och, wo haben... Wir haben Hundi! Super. Ich habe zwar keine Ahnung, woher ich den habe, aber das ist okay. 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 Sind jetzt alle Schafe gefüttert. Und ja, ich werde die Dingsbums... So, der Hund bleibt bei den Schafen. Das ist super. Jo, wer ist ein lieber Hund? Ah, super. Freue ich mich. Wir haben endlich ein Hundi hier. Ich freue mich. So. Habe ich wirklich nur drei Schafe? Ich meine, Schafe hatte ich nicht so viele. Na gut. Alles klar. Mhm. Mhm. Hier ist nichts. Gut. Jetzt darf ich die Krabben nicht vergessen. Na, die... Kaffeebäume werden also nicht größer. Na gut. So. Die Krabbe ist gefüttert. Hier hinten dürfte jetzt nichts mehr sein. Also an Tieren meinte ich natürlich. Ähm... Jo. Ist gerade relativ dunkel. Ich weiß noch nicht genau, warum. So ein Fleck am Monitor, der geht mir gerade voll auf die Nerven. Gut. Dann will ich die andere Krabbe nochmal füttern. Und dann hoffe ich, dass ich alles habe. Ich weiß nicht, was da passieren soll. So eine Krabbe habe ich noch. Mindestens. Jo. Hier hinten die. So. Und was passiert jetzt? Oder habe ich noch irgendwo ein Tier vergessen? Ich bin jetzt mal gespannt, ob ich... Ah, ich habe zu viele Steine. Ähm... Dann würde ich jetzt erstmal keine Mineralien abbauen. Na komm, Chor, kletter. Schön. Das schaffst du. Super. Ähm... Ich weiß nicht, was passiert. Ich habe wirklich... Ein Hundi habe ich gefüttert. Die Schafe habe ich gefüttert. Ja. Meine drei Krabben habe ich gefüttert. Ähm... Okay. Ich habe nicht genug Schafe für Milch. Das einzige, was ich mir vorstellen kann, ist vielleicht, dass ich noch ein Schweinchen vergessen habe. Aber... Sieht auch nicht danach aus. Vielleicht muss ich ja schlafen damit, weil irgendwas passiert. So, die Hühner habe ich. Hm. Na gut, gefüttert habe ich alles. Ähm... Jo. Achso, ja. Ich wollte ja in der Werkstatt was machen. Ähm... Mache ich mal ein paar Lehmbarren. Kann ich sonst noch irgendwas aus Stein machen? Blumentopfsockel. Nee, erst mal nicht. Ich mache trotzdem noch ein paar Lehmbaren, weil ich werde definitiv noch Steine nehmen. Beziehungsweise finden. So, was kann ich hier in der Küche machen? Butter, Käse, eine Fajita. Okay, ich kann Orangensaft machen. Das ist für die Koa, genauso wie das hier. Wunderbar. Super. Ja, ich will keinen Katalog haben. Ich will wissen... 51. Oh, ich habe Kohle. Ich habe zwar keine Ahnung, woher ich die Kohle habe. Aber... Wenn ich Kohle habe, kann ich auch Dünger machen. Das werde ich natürlich dann auch so viel wie möglich machen. Ah, perfekt. Super. Ähm... Jo. Ich habe noch einiges zum Recyceln. Weg damit. So, Material. Ich habe einiges an Kabel. Ich habe eine Leinwand. Ja, aber wenn ich die habe... Warum kann ich die dann nicht der Napopo bringen? So, okay. Ich muss gucken, dass ich wieder... Jetzt mal was esse. So, ähm... Genau. Ich wollte gucken, ob ich da oben Blumen habe. Achso, die Blumen sind ja hier. Okay. So. Ich finde es immer noch komisch, dass das nur hier oben wächst. Bei aller Liebe zum Detail hin und her. Aber, ähm... Dass die nur an Bergen wachsen, ist ein bisschen komisch. Okay, erinnern. Muss ich denen da oben eine Opfergabe geben, dass die Blumen vielleicht wachsen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß nicht so ganz, was die beiden... Ähm... Oh nein, ich habe meine ganzen orangenen... Ich habe ein... Oh, vielleicht gehört das ja dazu. Ich glaube nicht. Ach. Hallo, Eule. Man kann sich jetzt auch den Soundtrack kaufen. Und das Artbook. Das Artbook habe ich mir natürlich sofort gekauft zu dem Spiel. Ähm... Wenn ihr wollt, kann ich das mal mit euch durchgehen. Ähm... Ähm... Okay, mach weiter mit Koa. Mhm. Ich bringe die Schatzkarte zur Regatta, die... Die Regatta soll ganz oben sein. Auf der anderen Seite... Ah, so kann ich also schnell reisen. Hm. Na gut. Ähm... Verteiltes neue Gericht von Arban und Takani Bewohner. Hach. Ich weiß nicht, an wen ich das noch verteilen soll. Ich bin überall hingegangen. Hm. Ja, Edigan. Und die haben alle was von mir gekriegt. Naja, muss ich mal gucken. Ähm... So. Mach weiter mit Koa. Okay. Bereite... Die Paella nach Kalebs Wünschen zu. So. Ähm... Paella. Ich habe ja nur die... Nach Koas Art wollte er nicht haben. Nach Nohos Art... Brauche ich noch Spiegelei und Butter. So, mache ich mal eine Butter. Mache ich mal ein Spiegelei. Habe ich ja von allem genug. Mache ich mal die traditionelle Paella. Und jetzt fehlt mir Reis. Ähm... Reis kann ich so manuell nicht herstellen. Das ist natürlich schade. Quellscher Sushi. Ähm... Brauche ich davon noch ein paar? Okay, das habe ich. Perfekt. Weiter mit Koa. Weiter mit Akaji. Ähm... Sprich mit Herrn Echo über seinen größten Fan. Okay, das kriege ich auch noch hin. Ähm... Bringe Napopo der großartigen Künstlerin eine Leinwand. Das bedeutet... Wir könnten eigentlich am nächsten Tag relativ weit kommen. Und spreche mit Taima für den nächsten Auftrag. Okay. Dann gehe ich jetzt erstmal schlafen. Hm? Und... Ja, nichts passiert. Na gut. Und... Ähm... Dann weiß ich aber auch nicht weiter. Naja, vielleicht muss ich die oben wirklich mitgießen. Okay, ähm... Sind jetzt auch schon bei 15 Minuten. Aber wo ist die Napopo hier? Gefällt dir die Leinwand? Ja, die ist glücklich. Wunderbar. Vielleicht bist du wirklich gut darin, Landschaften zu malen. Oder vielleicht liegen dir Porträts mehr. Oder du malst einfach, was du willst. Genau. Porträts. Das passt zu dir. Es ist wirklich wunderschön geworden. Gute Arbeit Napopo. Ähm... Was hältst du davon, es jemand anderem zu schenken? Aquila ist besessen von Schönheit. Er wird sich bestimmt dafür interessieren. Ja, komm schon. Ich werde, es gefällt ihm. Er ist ein Freund der Küste. Der Künste. Ich nehme mal an, das war ein Ja. Na gut. Okay. Ähm... Ich gucke mal hier hin. Ich finde es gut, dass das... Also an sich... Ja, es ist immer so ein Hin und Her. Es ist vielleicht ein bisschen... komisch. Äh, die Insel, von der Onzo mir erzählt hat. Wie ist das möglich? Die ist... Aber hier war ich doch schon. Also... Ich weiß nicht, wo die zu finden ist. Vielleicht... Wenn ich hier nach Westen fahre... Probier ich's mal. Ich finde das alles ein bisschen komisch. Aber na gut. Okay, hier ist nichts und niemand. Ähm... Vielleicht ist die ja einfach hier irgendwo. Ohne, dass es auf der Karte verzeichnet ist. Das ist natürlich... Wäre natürlich ein bisschen... Weird. Ja, das Schäfchen nehme ich mit. So. Das ist doch nicht die. Ne, das ist die... Das ist nicht die, die ich suche. Also von daher weiß ich nicht... Wo die zu finden ist. Hier beim Eisberg ist die auch nicht zu finden. Ich hab so das Gefühl, dass sie während des Piratenrennens weg ist. Also weggefahren ist. Hier ist auch niemand. Ja, ne, wie gesagt, ich weiß absolut nicht, wo die Regatta sein kann. Dearest one, I've come to watch the ocean again today. Okay, ich bin, ähm, liebst, äh, ja, was weiß ich, liebst one. Ähm, I find the app and flow to try to, äh, suiting. Okay. Somedays it crashed against the shore with the rhythm of a drum solo. Alles klar. Die, ähm, Ebo und Flut und Wellen und die, ähm, äh, crashen an die Klippen. Und manchmal hört sich das an wie einen gewissen Rhythmus. Bei da, das ist ein Gentleman Skinpaar. Ähm, und die anderen manchmal trommeln, die halt wie, äh, dröhnen, die halt wie trommeln. Und manchmal wie, äh, Katzenpfoten. Und alles, äh, verändert sich. I hope you will forgive me soon. Okay. Ich hoffe, du wirst mir bald vergeben, etc., etc. Solche Sachen halt. So ein kleines, äh, Graffel. Dementsprechend alles wunderbar. So, all I see is you. Alles, was ich sehe, bist du with a white sea between us. Mit einem großen See zwischen uns. Ice is in your, ähm, ice is in your coffee. White Haiku. Äh, alles, was ich sehe, bist du mit einem großen See zwischen uns. Ice is in deinem Kaffee. Das ist ein weißes Haiku. Okay. Ähm, Haiku sind japanische Gedichte, die sich aber nicht reimen und auf der einen Seite einen gewissen Sinn, einen tieferen Sinn ergeben. Mit einem Satz, der, glaube ich, keinen Sinn ergibt. Ihr könnt mich gerne berichtigen. Ähm, aber Haiku ist eine Gedicht, äh, eine asiatische Gedichtform, die jetzt nicht im klassischen Sinne, ähm, wie, die nicht im klassischen Sinne ist, wie Dingsbums. Wie wir es halt kennen. So, ja gut, dann weiß ich nicht, wo die, äh, besagte Dame hin sein soll. Ich sehe nur die hier. Ähm, dazu muss erst mal die Jako, die Hakusblume wachsen. Und ansonsten ist die hier nicht. Die Rigata. Ich kann natürlich jetzt weiterhin diese Klippen hier abfahren. Aber ich glaube, hier ist nichts los. Hier kann ich tauchen, bringt mir aber auch nichts. Na gut. Ähm, was wollte ich denn jetzt machen? Ich will jetzt erst mal nach Queles. Komm, ich denke mal, die wird schon irgendwann wieder auftauchen. Ähm, ähm, dementsprechend machen wir einfach mal. So, ähm, ich mache die Parts ein bisschen länger. So, ich will dir jetzt erst mal Dingsbums geben. Bitte sehr, eine Paila, wie du sie magst. Ich danke dir sehr. Ich verstehe nicht, warum alles immer auf die gleiche Weise gemacht werden muss. Es hilft mir. Ich mag Beständigkeit. Das ist doch aber langweilig. Nein. Das ist beruhigend. Ah, eine Silbernhacke. Super. Cool. So, ich erinnere mich daran, wir haben einen Kontakt zu erzählen. Okay, okay, okay. Ähm, Eretti. Mache weiter mit Koa. Die Regatta finde ich ja nicht. Hinterfragen wir mal nicht, warum ich auf die Mitternachtsinsel muss. Die Koa hat Hunger. Da nehme ich mal Honig. Ähm. So, Awan und Takaya. Ich weiß da nicht ganz. Äh, ich spreche mit Kaleb für den nächsten Auftrag. Äh, Koa, könntest du Akaji diese Blaupause für eine Sonde anfertigen? Kein Problem. Ein kleines Geschenk. Ah, ja. Alles klar. So, ähm. Jo. Mache weiter mit Koa. Mache weiter mit Akaji. Mhm. Mit Lizio. Wunderbar. Ich würde sagen, es läuft. Es läuft. So, ähm. Auf dem Weg zu Akaji gehe ich jetzt mal Jo, Akila und Akaji würde ich sagen. Diese beiden. Ich finde es cool, dass ich jetzt einen eigenen Hundi habe. Das ist super. Das ist super. So, nochmal ein bisschen was recyceln. Wunderbar. Alle lieben das. Ah, super. Ich hätte nur noch mit ihm sprechen müssen. Alle lieben das Gericht. Gut. Natürlich. Äh, gut. Natürlich dank meiner Reisbillchen. Quatsch. Dank meiner Zitrone. Und was jetzt? Koa, ich möchte dir, ich möchte dir für deine Hilfe danken. Dieses Ank-Totem ist ein Zeichen meiner Dankbarkeit. Es ist wirklich wunderschön. Es passt perfekt in mein Haus. Ich muss zurück in mein Restaurant. Und du, Arban? Ich glaube, ich werde erst einmal ein Nickerchen machen. Das ist die beste Idee überhaupt. Das hast du gut gemacht, Mario. Wunderbar. Ah, super. Wir haben Totem bekommen. Cool. Das bedeutet, wir sind jetzt mit Arban fertig. Super. Perfekt. Ah, super. Freue ich mich. Ich freue mich. Ich freue mich. Wunderschön. Das finde ich toll. So, Aquila. Mal gucken, ob ich den überhaupt noch erreiche. Ansonsten müssen wir uns wieder in ein kleines Raupi verwandeln. Ich finde es immer ganz goldig, wenn die Koa mit einem Schlafsack einfach im Freien schläft. Das ist super. Und da hier alle relativ nett sind, ich sag mal in Klammern. Aquila, ich habe ein Kunstwerk für dich. Ich schaue es mir gerne an. Es ist ein Gemälde. Wunderschön oder nun ja, es hat eine Art kindlichen Charme. Wenig farbliche Übergänge, eine simple Bildsprache. Es ist ziemlich kitschig, um ehrlich zu sein. Was? Das ist ein einzigartiges Kunstwerk. Du hast keine Ahnung. Beruhige dich, Mädchen. Hast du es gemalt? Nein, eine großartige Künstlerin hat es gemalt. Wie auch immer, es langweilt mich. Aquila ist ein Idiot. Deine Gemälde sind wirklich wunderschön, Apropos. Ich bin mir sicher, dass Avan, Taka und Kaleb und Saimi sie lieben werden. Ich kümmere mich drum. Okay, bringe Avan, Taka, Kaleb und Saimi jeweils. Aha, okay. Ähm. Mhm. So. Avan, Taka, Kaleb und Saimi. Ähm. Da ich jetzt sowieso zu Akaji möchte, würde ich sagen, gehe ich auch direkt hoch zu Saimi, wenn ich das heute überhaupt noch schaffe. An dem Tag. Warum bin ich jetzt überhaupt hier lang gegangen? Ich hätte auch einfach über den Zaun springen können. Naja, ist egal. Ja, die Napopo macht das eigentlich schon ganz gut. Und ich denke mal, mit ein bisschen Übung wird das eine tolle Künstlerin. So, Akaji, ich habe ein paar Sachen für dich. Aber vorher. Ah, ich kann hier nichts. Kaleb hat mich gebeten, hier diese Blaupause zu bringen. Oh, das ist für einen Teller aus Silber und Gold. Wie hübsch. Ich glaube, er möchte Nohu etwas Besonderes schenken. Er soll wohl eine Überraschung sein. Kaleb arbeitet ständig heimlich an solchen Dingen. Oh, warum hilfst du mir nicht mit dieser Sonderanfertigung? Ist gut, ich versuch's. Ähm, zunächst musst du etwas Gold schmelzen. Okay. Ähm, ich liebe es, Dinge zu bauen. Ich hoffe, dir gefällt das auch. So, ich brauche dafür Silber. Okay. So, ähm, wir bringen aber einen Taka. Achso, ja, okay, Akaji nicht. Super, den Teller muss ich jetzt zu, auch zu Kaleb bringen. Mal gucken, ob ich das vor 18 Uhr noch zu Saimi schaffe. Aber ich glaube, das schaffe ich gerade so. Saimi, ein Gemälde für dich. Oh, wie hübsch. Ja, oder? Ja, wirklich. Hast du es gemalt? Nein, eine Freundin von mir. Nun, meinen Glückwunsch. Vielen Dank. Akila sagt es, äh, dass es nichts Besonderes ist. Geschmäcker sind eben verschieden. Ich werde ihm eine Lektion erteilen. So viel Energie. Ach, Koa. War nicht so gemein. Ja, wenn man zu viel Großes will, vergisst man man oder verliert man manchmal den Blick für die einfachen Dinge und hört dann auch auf, sich an einfachen Dingen zu erfreuen, was ein bisschen schade ist. Man muss auch immer den Gedanken zählen, der dahinter steckt. Und, naja, wenn man zu viele, wenn man den Blick nur noch für Großes hat, dann ist es schwieriger, eine Freude für kleinere Dinge zu empfinden und Genuss aufzubauen. Ja, das kann er manchmal ein bisschen verbittern. Weil man dementsprechend dann immer nur noch Größeres und immer mehr und immer Größeres will. Und, naja. Es gab mal so ein Bild, was ich gesehen habe, was so ein bisschen zum Nachdenken eingefordert ist. Da war so ein Typ, der hat einen Ferrari gefahren, der hat zum Himmel geguckt und hat gesagt, ah, wie schön, wie geil wäre es, ein Jet zu haben. Neben ihm stand jemand mit einem Porsche. Der hat dann rüber zu dem Typen im Ferrari geguckt und hat gesagt, oh, ein Ferrari wäre schön. Da nebendran war einer mit einem Van, der zu dem Typen auf den Porsche geguckt hat und gesagt hat, oh, ich wünsche, ich hätte einen Porsche. Und daneben war einer mit einem Kleinwagen, der gesagt hat, oh, ich wünsche, ich könnte mir einen Van leisten. Daneben war ein Fahrradfahrer, der hat zu dem Typen mit dem kleinen Auto geguckt und hat gesagt, ich wünsche, ich könnte mir ein Auto leisten. Daneben war ein Fußgänger, der hat zu dem Fahrradfahrer geguckt und gesagt, ach, wie schön hat der es. Der kam mit dem Fahrrad fahren, während der Fußgänger auf den Bus wartete. Nebendran ein anderer Fußgänger und sagt, oh, ich wünsche mir, ich könnte mir eine Busfahrkarte leisten. Und daneben dran einer im Rollstuhl, der gesagt hat, oh, ich wünschte, meine Beine würden funktionieren, ich könnte, ähm, könnte laufen. Und ganz zum Schluss war einer, der gerade so aus dem Krankenhausfenster gucken konnte und meint, ach, ich wünschte, mir würde es gut genug gehen, dass ich mit einem Rollstuhl rumfahren kann. Ja, das macht einen schon mal nachdenklich. So, ähm, aber jetzt mal wieder zurück zum Spiel. So als kleinen intellektuellen, ähm, Ansporn. Okay, Saimi habe ich, Kaleb, Taka und Arvan. Ähm. Ach so, der macht erst um 10 auf, der andere auch. Aber dann warte ich einfach hier. Arvan, möchtest du ein Gemälde von einer neuen Künstlerin haben? Warum nicht? Ich helfe gerne Menschen, die noch am Anfang ihrer Karriere stehen. Super. Bin mal gespannt, was Taka dazu sagt. Was hast du denn da? Es ist ein Gemälde. Es gibt auf der Insel eine neue Künstlerin und sie arbeitet wirklich hart. Willst du eins haben? Natürlich, ich liebe es, die früchte, harte Arbeit zu bestaunen. Ah, super. Taka, du bist toll. Ich mag Arvan. Ich finde den Arvan super, den Taka genauso. Ähm. Die Saimi ist halt eine typische alte Oma, aber die ist auch ganz in Ordnung. Und ich muss ja auch sagen, klar ist der Aquila so ein bisschen eitel, aber trotzdem hat er das Herz am rechten Fleck. Ähm. So blöd es auch klingen mag, aber ich kann dem Aquila trotzdem was Positives abbauen. Aber der Kaleb ist in meinen Augen der chilligste. Schau, dieses wunderschöne Gemälde an. Es gefällt mir. Es ist für dich. Super. Kaleb, hier hast du deinen Deko-Teller, den du bestellt hast. Ich habe ihn mit Akaches Hilfe selbst angefertigt. Du? Psst. Ich bin mir sicher, dass Nohu ihn mögen wird. Danke, Chor. Er ist wirklich schön geworden. Ich habe später ein besonderes Abendessen mit Nohu. Ich wollte also, ähm, ich sollte also besser gehen und mich vorbereiten. Okay. Ähm. Die Blume muss wachsen, da kann ich nichts ändern. Da kann ich auch nichts beschleunigen. Die finde ich aktuell nicht. Hier muss ich mit Chor weitermachen. Hier muss ich mit Chor weitermachen. Ähm. Jetzt kann ich mit Kaleb weitersprechen. Chor, könntest du dich bitte um eine letzte Sache kümmern? Worum geht's? Das Katzenkind und so. Er hat mir gesagt, dass wir uns schon vor langer Zeit begegnet sind. Ich erinnere mich nicht daran. Er hat die Geschichte eines ersten Verkaufs in seinem Tagebuch aufgeschrieben. Kannst du ihn danach fragen? Er wollte sie mir nicht geben. Aber ich bin mir sicher, dass Nohu außer sich vor Freude wäre, wenn ich sie ihm schenke. Natürlich. Okay. Dann will ich mal mit Onzo sprechen. Hier habe ich einiges zu tun, aber es ist kein Problem, was das angeht. Dementsprechend kommen wir auch gut voran. Ich werde den Part jetzt auch ein bisschen länger machen, weil die Chor-Dinger ja eh sowieso in der Regel schöne Premieren sind. Warte mal, Onzo ist ja auf dem Markt. Onzo, mein Freund. Ups. Onzo, kann ich dich kurz stören? Mein Name ist Onzo. Kennst du Nohu und Kaleb schon sehr lange? So etwas in der Art. In meinem Tagebuch steht, dass ich sie getroffen habe, als sie gerade als Händler angefangen haben. Sie möchten, äh, sie mochten sich nicht wirklich. Aber dann entdeckten sie, dass sie gemeinsam ein großartiges Team sind. Ich habe die ganze Geschichte hier drin aufgeschrieben. Ja, genau das meine ich. Kaleb hat mir gesagt, dass er diese Geschichte gerne Nohu schenken würde. Hm, ich weiß nicht so recht. Es ist mein Tagebuch. Da einfach eine Seite herauszureißen, aber wäre das nicht wieder einen neuen Eintrag wert? Und du kannst es, kann sie ja auch aufschreiben. Liebes Tago, heute habe ich eine Seite aus dir herausgerissen, damit die sie Koa geben könnte. Du kannst es auch aufschreiben, dass Kaleb sie Nohu gegeben hat. Eine neue Perspektive für dich, Onzo. Koa, du hast recht. Das ist wirklich eine gute Idee. Okay, schau, hier ist sie. Ah, super. Onzo, ich wusste, dass ich mich auf dich verlassen kann. Onzo ist ein guter Abenteurer Lehrmeister. Die Mario ist ein bisschen gemein, finde ich. So, er hat mir die Seite gegeben. Schau, das ist eure Geschichte. Vielen Dank. Die Seite ist von großem, sentimentalen Wert. Das Geld hast du dir verdient. Großartig. Ich befürchte, Nohu wird unseren Jahrestag vergessen. Er vergisst ihn immer. Oh, das tut mir leid. Das ist schon in Ordnung. Er denkt sich jedes Mal tolle Sachen aus, um es wieder gut zu machen. Und ich bin ihm nie böse. Deshalb haben wir uns so gerne. Ihr seid wirklich ein tolles Team. Also, paar, aber ich finde Team irgendwie... Hallo. Hi. Okay. Den Avan haben wir abgeschlossen. Den Nohu haben wir abgeschlossen. Den Kaleb haben wir abgeschlossen. Den Brahm auch. Okay. Mal arbeiten mit Koa. Kaji. Sprich mit Ekko. Okay. Avan habe ich. Taka habe ich. Kaleb und Saimi habe ich doch auch. So. Sprich mit Nohu für den nächsten Auftrag. Ich glaube, Kaleb ist etwas verärgert. Vielleicht hast du etwas vergessen. Lass mich nachdenken. Vielleicht der Tag der gesunkenen Schiffe. Nein, der war schon. Dann gibt es noch die Festlichkeiten im Winde von Mara, die alle 13 Monate stattfinden. Dann wäre noch die Nacht der Lichter mit all den schwimmenden Kerzen. Ah, sein Geburtstag. Nein, der war auch schon. Ich habe ihm einen neuen Hut geschenkt. Es muss etwas anderes sein. Äh, vielleicht... Warte. Wann war nochmal unser Jahrestag? Oh, das muss es sein. Du hast auch den Jahrestag vergessen? So etwas darf man nicht vergessen, Koa. Wenn du uns... Äh, wenn du erst erwachsen bist, wirst du das auch lernen. Ich muss es irgendwie wieder gut machen. Ich habe vor einiger Zeit mit Akaji über ein Modellboot geredet. Kaleb liebt Modellboote. Damit sollte ich die Sache wieder gerade rücken können. Könntest du zu ihr gehen und sie danach fragen? Natürlich, kein Problem. Hm. Habe ich nicht so eins? Ich meine, ich hätte so eins. Materialien. Oder habe ich das verkauft? Ah. Das habe ich verkauft. Na gut. Das bedeutet, wir müssen zu Akaji. Ich gucke immer nur so sekundär auf den Timer. Beziehungsweise wie lange ich schon am Aufnehmen bin. Einfach aus dem Grund, weil ich es jetzt nicht so schlimm finde, das doch mal eine Stunde zu machen. Und nicht immer nur eine halbe Stunde. Ähm. Dementsprechend, jo, kein Problem. Ich muss auch mal mit, ähm, Horizon Zero Dawn anfangen. Ah, da habe ich im letzten Stream auch noch nicht wirklich weitergearbeitet. Dementsprechend, hm, ein bisschen schwierig. Aber aktuell bin ich ja auch dran, die, ähm, noch kurz vor meinem Umzug. Wie gesagt, ich bin ja, äh, bin ja mittendrin, mitten im Umzug drin. Das bedeutet, ich bin dabei und, ähm, fange jetzt schon mal an, hier ein bisschen Videos aufzunehmen, dass zumindest ein bisschen, ähm, Bewegung auf meinem YouTube-Kanal drin ist. Weil ich glaube, während dem Umzug wird es noch ein paar Tage dauern, bis dann das Internet drüben ist. Da muss ja dann auch erst noch ein Techniker vorbeikommen. Und so weiter und so fort. Neue Wohnung muss auch beim Strom angemeldet werden und so weiter und so fort. Ähm, das sind alles Sachen. Ah, ich weiß nicht, ob die von jetzt auf gleich gehen. Die gehen zwar einigermaßen zügig, aber trotzdem. Ähm. Akachi, Nohu sind Schwierigkeiten. Er hat seinen Jahrestag mit Caleb vergessen, oder? Ja, woher weißt du das? Weil er mich gebeten hat, ein Modellboot zu bauen. Es aber nie abgeholt hat. Ich dachte mir, er wird das wahrscheinlich komplett vergessen haben. Typisch Nohu. Er spricht immer über Dinge, die vor Jahren passiert sind. Ich kann nicht glauben, dass er so etwas vergessen kann. Ich schätze, die alten Geschichten sind spannender als das tägliche Leben. Hier, nimm die Blaupause für das Modellboot. Ich habe gerade keine Zeit, aber ich bin mir sicher, dass du es bauen kannst. Ist gut, ich werde es versuchen. Ähm, ja. Modellboot. Super, wir können jetzt ein Modellboot bauen. Dazu brauchen wir einen Schwimmer. Äh, okay, Schwimmer. Ich weiß, woher ich den herkriege. Da muss ich wieder nach Hause fahren. Ist cool, dass man das von hier aus kann. Ist vielleicht ein bisschen unrealistisch, aber... Wenn man mal dran bedenkt, ähm... Was für ein Hin und Her man sowieso schon hat, ist es natürlich praktisch... Ähm... Praktisch wie... Nichts, ne? So. Ähm... B-b-b-b-b-b-bam. Werkzeuge. Ich brauche Silberbarren. Ganz viele. Und so viel Silber habe ich nicht. Ich brauche drei Silberbarren noch. Okay. Ich wollte die jetzt nicht unbedingt kaufen. Äh, was brauche ich denn für das Modellboot? Für das Modellboot brauche ich Schwimmer. Äh, die Schwimmer werden abgelegt von... ...den hier. So, ich denke mal, wenn ich... ...noch zwei oder... ...einen Baum noch fälle... ...dann habe ich 99 Holz... ...und habe drei Schwimmer. Das sollte dann funktionieren. So, dann kann ich das Boot bauen... ...und zeitgleich gehe ich dann nochmal... ...hier diese Teile ab. Ah, das ist Metall. Da muss ich nie Mine. Für Silber muss ich nie Mine. Aber gut, kann ja nicht schaden, alles mal abzubauen. Man kann ja auch gleich nochmal gucken, ob die... ...ob diese Teile hier schon... ...die Blumen nachgewachsen sind. Nein. Okay, habe ich... ...wie viele Orangen habe ich denn überhaupt? Fünf, das passt perfekt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das der Fall ist, aber... ...ich werde die... ...Opfergabe mal reinlegen. In der Hoffnung, dass dadurch vielleicht die Blumen wachsen. ...und jetzt muss ich sowieso hier runter. So, Honig habe ich ja mehr als genug... ...und der gibt auch richtig viel Energie. Das bedeutet... ...oh, das Schleckermäulchen... ...kriegt jetzt erstmal ein bisschen Süßkram. Hat sie sich verdient. Hat sie sich verdient. Das ist ein fleißiges Bienchen. Und fleißige Bienchen... ...dürfen natürlich auch ein bisschen... ...dürfen natürlich auch an Honig kosten. ...so, Metall... ...Gold... ...Stein... ...hier. Das weiß ich nicht, wie ein Chal müsste Silber sein. Naja, einmal Silber. Das ist immer aber eine Pommes. Und ein Saft, komm. Perfekt. So, na gut. Fass mit Schießpulver müsste ich doch auch mittlerweile hinkriegen. Aber Feuerwerk kriege ich noch nicht hin, ne? So, was haben wir hier? Äh, Werkzeuge. Metallaxt. Holzstab, Kupferstab. Joa. Hm. Bin mir gar nicht so sicher, ob ich das alles schon hab. So, Küche. Hier, Materialien. Hm. Fass mit Schießpulver. Kohl und Bananen. Okay. Ha, 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 ha. Jo. Ich glaub, da muss ich auf die Silberinsel. Auf das Silberinselchen. Fahr ich mal da hin. Jetzt liegt's erstmal da dran, ein bisschen Silber zu... ...finden. ...dass ich mir ein paar... ...eins, zwei, drei. Perfekt, wunderschön. Vier, okay. Das tut dann. Ah, ja, ja. Ich hab zwar keine Ahnung, warum die jetzt ständig da... ...spricht, aber na gut. Jo. Ich... ...glaube, ich hab jetzt theoretisch genug Silber. Aber auf der anderen Seite, wenn wir schon mal hier sind... ...können wir natürlich auch alles mitnehmen. Da ich mich ja vorbereitet habe. So. Ist noch was Gesundes? Na, und noch ein Apfel. Wunderbar. Jetzt hat die Koa richtig zugeschlagen. Ich hab keine Ahnung, woher diese Äpfel gekommen sind, aber... ...ich werd hier das Silber auf jeden Fall mal mitnehmen. Supi. So, was haben wir hier? Sonnenblumen-Sahmen. Das ist nicht schlecht. Nehme ich mit. So. Äh... Dann gibt's hier noch irgendwas, was ich abernten kann, oder hab ich das schon alles? Okay, hier die Inselseite hab ich abgegrast. Das sieht jetzt komplett die Paletti aus. Jawohl. Zweimal Silber, drei. Jawohl. Supi. Freu ich mich. So. Koa, das hat sich super gelohnt. Hase! Hase! Jo. Dann geh ich mal wieder zur Heimatinsel. Ich wollte eigentlich zur Heimatinsel. Das heißt, wenn man zu schnell abdrückt und zu langsam liest. Na gut. So, 18 Uhr, das bedeutet, es ist halb sieben. Sollte dann eigentlich auch ausreichen. Dann kann ich meine Werkzeuge mal bauen. Achso, ja stimmt, die muss ich erst noch in Silberbarren verwandeln. Ja, sechs Silberbarren sollten definitiv ausreichen. So, Modellboot. Das muss ich bauen. Das ist super. Dann die Werkzeuge. Und die Metallschaufel. Wunderbar. Keine Rezepte. Entschuldigung. Verfügbar. Perfekt. Supi. Schön. Freue ich mich. Jetzt nehmen wir noch mal eine Portion Honig. Und unsere letzte Bienenkönigin. So. Hakus Blume gucke ich am nächsten Tag. Rigatta finde ich nicht. Mach weiter mit Koa. Mach weiter mit Koa. Mach weiter mit Akaji. Okay. Rede mit Echo. Ich habe denen allen jetzt was gebracht. Ich glaube, ich muss jetzt erstmal mit Napopo einfach mal sprechen. Und das sollte ich jetzt mal tun. Das war ein voller Erfolg. Ich werde das letzte zu Aquila bringen. Ich wette, dass er jetzt auch eins der Kunstwerke, der einzigartigen Napopo, haben will. Na gut. Na gut. Dann habe ich ja was zu tun. Mhm. Mach weiter mit Lithio. Spreche mit Taima. Ja. Ich würde sagen, die Koa kann nochmal in ihrem Häuschen schlafen. Wunderbar. Gut. Ich nehme... Ich muss mir mal auch mal... Ah, es regnet. Das ist eigentlich super. Dann kann ich hier eigentlich mal... Fett was einpflanzen. So. Ich muss jetzt erstmal... Ähm... Ja. Erstmal ernten. Dann kümmere ich mich hier um das Feld. Ah, mit der besseren Hacke ist alles so viel besser. Und irgendwann werde ich dann auch mal alles vorbereiten. So, dass ich auch mal... So, dass ich auch mal... Ähm... Wirklich hier alle füttern kann. Bedeutet... Die Schafe... Die brauchen Weizen, die... Ja. 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 Ähm... So, erstmal Mais für die Hühner. Habe ich ja gesagt, dass ich das festmache. Also dreimal das einpflanzen, was die Tiere wollen. Äpfelbäume für... Für den Hund habe ich ja auch. Jo. Weizen. Ich habe gesagt, Weizen keine Sonnenblume. Na gut. So, was ich hier pflanze, weiß ich noch nicht so ganz. Ein bisschen rote Beete. Kann ja eigentlich nicht schaden. Ähm... Wissen Baumwolle kann nicht schaden. Und nochmal eine Sonnenblume. Hm? Warum eigentlich nicht? So, dann sind die... Was machen wir hier hin? Ah, kommen zwei Kartoffeln. Dann haben wir eine kunterbunte Mischung. Wunderbar. So, mittlerweile habe ich auch mehr als genug Dünger. Dass ich ruhig mal... Mich ein bisschen sputen kann. Super. Ähm... Ich glaube, der... Ich glaube, der Lithio ist in der... Ponyhöhle. Regatta. Okay. Ähm... Ah, ne. Ich muss ja mit dem Zwurms sprechen. Ah, wo ist der denn nochmal? Wo ist denn... Wo ist denn... Wo ist denn... Wo ist denn dieser andere komische Pirat? Hier haben wir... Wir haben eine schwarze Station der Elitz vielleicht? Ah... Ich habe nämlich so das... Ein ganz komisches Gefühl... Ich habe nämlich das Gefühl, dass die ganzen Piraten jetzt erstmal weg sind. Auf der Insel sind die normalerweise angezeigt. Die Frage ist nur, wo sind die jetzt? Ah, die werden schon irgendwie wieder auftauchen. Die werden schon irgendwie auftauchen. So, hier ist das Modellboot. Ich habe das Modellboot dabei. Ah, das ist großartig. Das kann ich zu einem guten Preis in meinem Laden verkaufen. No, ist es für Kaleb. Ach, stimmt. Unser Jahrestag. Ich hoffe, er ist nicht wütend. Um ehrlich zu sein, er wird nie wütend. Du Glückspilz. Hier, das sollte eine angemessene Verlohnung sein. Ja, super. Wunderbar. Ähm... So, sprich mit Noe für den nächsten Auftrag kommen, wenn wir schon dabei sind. Und wie war das Geschenk? Sehr gut. Oh, du bist ja hier. Ist alles so gelaufen, wie du es erwartest. Ganz genauso. Und was war dein... Und was war dein Geschenk? Du musstest eben... Du musstest mir natürlich nicht verraten. Dein Gewissen. Ich werde es nie lernen. Ich weiß. Goa, du warst die ganze Zeit über so nett zu mir. Als Dank dafür, dass du mir mit der Sache mit Kaleb und all den anderen Dingen geholfen hast, wollte ich dir die beste Belohnung aller Zeiten geben. Ein singender Fisch. Toll. Was singt er denn? Lieder. Er hängt schon seit die Aachen in meinem Laden. Er ist so einzigartig, dass sich niemand traut, ihn zu kaufen. Ich bin der Meinung, dass du dich seiner als würdig erwiesen hast. Toll. Was habe ich für ein Glück. Wohl wahr. Den Legenden nach kannst du in Vollmondnächten seinem Lied lauschen, mit dem er versucht, seine Gefährten anzulocken. Seine traurigen Lieder füllen die Herzen aller, die sie vernehmen, mit Kummer und Sehnsucht. Überaus nützlich, wenn du einmal eine Feier vorzeitig beenden möchtest. Oder um Leute aus deinem Haus zu werfen, die länger bleiben, als sie willkommen sind. Er hat Kaleb und mir gute Dienste geleistet. Und jetzt gehört er dir. Vielen Dank. Ich werde ihn zu Hause aufhängen. Super. Wunderbar. Jo. Koa. Koa. Koa Akachi. Echo. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch zu Akila. Und mit der Taima sprechen. So. Wir haben einiges zu tun. Wir sind immer auf den Beinen. Du, 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 du. Oh, guck mal, wie er anzuguckt, wenn sie rennt. Lustig. Na, im Hintergrund hat ein Hundi gebellt. Na, super. Bin ich mit Edegan eigentlich fertig? Raus mit Kindle. Ach, Edegan. Edegan, oh Edegan, was machst du bloß? Was bist du bloß so eklig, Mann? So, naja. Auf jeden Fall. Ähm. Ja, schon fast ein Stündchen dabei. Das ist okay. Das ist soweit okay. Dementsprechend kein Problem. Ähm. Jo. Ach so, ich muss ja mit Akila sprechen. Ich weiß nicht, warum, aber ich hatte jetzt irgendwie die Akaji im Kopf. Na gut. Ah, Koa. Du bist zurück, um auf dieses Gemälde zurückzukommen. Ja. Sie sind in aller Munde. Wäre es möglich, eins der Gemälde zu kaufen? Hast du nicht gesagt, dass sie ziemlich kitschig sind? Und nun, ja. Die Dinge ändern sich. Na gut. Hier hast du eins. Ich danke dir sehr. Ich hoffe, dieser Preis ist angemessen. Äh. Bezahlung, natürlich. Ja, das ist angemessen. Ich danke dir sehr. Super. Mh. Okay. Ähm. Hakus Blume. Koa. Finde ich nicht. Mache weiter mit den Aufträgen. Okay. Äh. Koa. Koa. Akaji. Echo finden. Na popo. Sprich. Anfragen. Die Frage ist. Ja. Die hat noch ein bisschen was. Sekunde. Ja. Gut. Hm. Na popo. Ich weiß, wo du bist. Mache ich gleich mal mit der weiter. Ich hab so das Gefühl, dass nachdem ich das Piratenrennen gegen die andere, ähm, dass ich das Piratenrennen gegen die andere erst wieder gewinnen muss. Äh. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Da hast du recht, mein Lieber. Ähm. Ich hab das Gefühl, dass das Piratenrennen gegen die andere Dame erst gewinnen muss. Na popo. Tut mir wirklich leid um dein Haus. Ich wünsch dir, wir hätten uns früher getroffen. Kann ich dir irgendwie helfen? In Ordnung. Wir werden uns nochmal dein Haus anschauen. Wir können auch, äh, hinabtauchen, wenn du willst. Ah. Eine weitere Perle. Natürlich. Ich werde nach ihr suchen. Äh. Taure nochmal am Quichbaum. Okay. Das mach ich direkt. Okay. Ähm. Ach ja, das Artwork von der, von Sommanmacher. Das ist super. So. Ja, irgendwie. Ah, die Perle. Wunderbar. Also, Luft habe ich hier mehr als genug. Das ist super. Ist natürlich wirklich schade um Napopos Haus. Aber auf der anderen Seite hätten die Kor und die Napopos sich nicht, ähm, getroffen. So, Heimatinsel. Na, das ist die Napopo, glaube ich. Hallo, ich habe Heimatinsel angegeben. Ah. Es ist verwirrend, weil wenn du auf der Karte bist, wird die Heimatinsel automatisch als markiert angezeigt. Aber der Cursor ist nicht auf der Heimatinsel. Und das ist der Grund, warum ich mich immer so ein bisschen vertippe. So. Diese Perle sieht etwas anders aus. Ah, die ist von deiner Oma. Ah, von Faddy. Hat sie deinen Vater gehört? Ich verstehe. Gott sei Dank haben wir sie gefunden. Hier, für dich. Sehr gut. Wir gehen zu Blue. Okay. Könnte natürlich auch, ähm, Tempel des Ostens sein. Da müsste der auch da sein. Aber, ich denke mal, das reicht hier auch. Jo, gut. Ähm, man merkt so ein bisschen, so richtig aufhören will ich jetzt nicht, weil ich jetzt doch langsam so Stück für Stück, ähm, fertig werde mit dem Spiel. Und, ja, so schön das Spiel auch ist, aber so langsam würde ich es trotzdem gerne als Projekt zumindestens beenden. Ihr werdet mich definitiv, oder was heißt definitiv, wahrscheinlich, ähm, werde ich auf jeden Fall nochmal auf dieses Spiel zurückgreifen. Und vielleicht noch einfach mal ein bisschen chillen, ein bisschen entspannen. Ähm, aber so im Sinne der Aufnahme so jetzt nicht mehr. Und, ja, da werde ich das Spiel jetzt einfach fertig machen, so gut ich kann. Und Gutes. Ah, ich verstehe. Apropos möchte, dass du sie zu einem Tempel begleitest. Sie möchte die Perle dort lassen. Das würde ihr sehr helfen, okay. Ja, sie sagt, dass dann etwas ganz Besonderes geschehen wird. Du musst diese Perle als Opfergabe anbieten. Okay. Zu einem Tempel. Tempel des Ostens. Mitternachtsstrand südliches Antipel. Ich glaube, wir haben hier nur Tempel des Westens, ne? Hier haben wir noch den Septiron-Tempel. Ich probiere es mal mit dem hier. Obwohl ich da nicht so ganz sicher bin. Gibt es irgendwas, was du haben willst? Ja, aber ich will dir nichts verkaufen. Zumal ich auch immer noch genug Geld habe. Ist das überhaupt der richtige Tempel? Ich guck mal. Ich guck mal. Bringe die besondere Perle als Napopos Opfergabe zu einem Tempel. Ja, hab ich doch. Ich guck mal. Ich guck mal, ob hier irgendwo eine Opferschale oder so ist. Aber ich glaube, dass das hier ist. Dass ich da hin muss. So. Ich glaube nämlich, das sieht nämlich eher schon so aus, als müsste man da hin. Für sich! Supi. Jo, mal gucken, wie es aussieht, ob das Spiel ein Ende hat oder ob das ein Open End hat. Chor, das ist kein gewöhnlicher Botengang. Ja. Hab ich doch. Entzünden. Ich brauch etwas. Hä? Okay, Tempel des Ostens. Probiere ich mal hier. Hab ich mich so vertan? So, das ist Tempel des Ostens. Jo, gut. Ähm, da fragen wir das mal nicht. Ich weiß nicht ganz, wohin ich jetzt hin muss. Aber irgendwie... vielleicht muss ich mit den beiden hier sprechen. Die sind ja bei diesen Tempeln. Die Frage ist nur, auf welchem Tempel. Oh, hier kann ich mir auch wieder ein paar Bienen holen. Oder Honig. die Segerei. Ähm. 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 Gut. Äh, äh. Ähm. an einen Tempel. Auf der Heimatinsel vielleicht? Okay, auf diesem Tempel war ich. Da ist nichts. Tempel des Ostens ist auch nichts. Hier ist auch nichts. Hier war ich auch schon. Vielleicht Stein der Naturgeister. Was ich zwar nicht glaube. Aber man weiß ja nie. Soviel zum Thema Naturgeister. Und diese Lümmel lassen hier überall die Dingsbums liegen. Hm. Vielleicht komme ich hier hoch. Ja, so weit komme ich schon immer. Aber ich kann nirgends nicht höher gucken. Aber hier steht auch wirklich nur an einem Tempel. Ich befürchte, also die Leute, die es wissen, die werden wahrscheinlich schon sagen, geh doch mal einfach zu deinen Heimten. Schon wieder die gleiche. Geh doch einfach zu deiner Heimatinsel. Ich glaube es zwar nicht, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Dementsprechend gucke ich einfach mal, ob ich das vielleicht hier irgendwo opfern muss. Ich habe schon auf der ganzen Insel nach dem glänzenden Stein vom Togusoda, aber ich konnte keine finden. Kristall benutzen. Ja, ja. Ah. Ah, das ist also ein Kristall. Ah, ich verstehe. Das habe ich mir aber schon fast so ein bisschen... Ne, ich habe es mir eigentlich nicht gedacht. Okay. Schon mal super. Aber die Blumen wachsen nicht nach. Hm. Na gut. So, den Tieren geht es gut. Die sind glücklich. Wunderbar. So. Dann will ich nochmal Heier machen. So. Ähm. Ähm. Okay. Jakos Blume. Rigata. Weiter mit Koa. Weiter mit Koa. Akaji. Mit Echo sprechen. Bring die besondere Perle zu einem Tempel. Zum schwarzen Vulkan. Ich traue dieser Karte nicht. Die hat mich schon mal falsch navigiert. Und zwar wird gesagt, dass die Rigati da unten irgendwo rumeiert. Was aber nicht stimmt. Dementsprechend gucke ich mal, ob es hier vielleicht beim Vulkan ist. Was ein bisschen komisch wäre, aber... Oh. Wow. Was war das denn? Hey, vielen Dank. Das ist wirklich wunderschön. Ähm. Oh, okay. Super. Warte mal. Vielleicht kann ich da hoch. Ich weiß, es nervt. Wenn ich auf der anderen Seite, wenn ich hier bin. Super. Ich will hier hoch. Da ist also... Ah, okay. Gut. Macht nichts. Trotz alledem werde ich hier versuchen, so viel von dem Kram mitzunehmen. Einfach aus dem Grund, dass ich daraus Barren machen kann. Und der Akaji mir ganz... Äh, nicht die Akaji, sondern der... Ach, Akila mir einiges bezahlt dafür. Für die Barren. Und das bedeutet, wenn ich ein bisschen Money brauche, es ist immer ganz gut, mal ein paar Barren dazu von diesem besonderen Metallstein im Linksbums zu haben. Und ja, ich weiß, dass ich mehr als genug Steine habe, aber ich sage ganz ehrlich, das ist mir jetzt erstmal relativ egal. Weil so viel Geld werden die... geben die Steine jetzt nicht, dass ich irgendwie... Und sobald ich 99 Steine habe, da irgendwie dringend Platz machen muss. Das würde in den Zeitaufwand nicht rechtfertigen. So, okay. Was haben wir denn hier abgeschlossen? Wunderbar. Mit Napopo muss ich sprechen. Das passt. Supi. So. Wunderbar. Herrlich. Ja, weißt du was? Ich mache einfach so lange, wie ich Bock habe. Und gucke danach mal. Hallo, Seerobbe. Kann ich dir irgendwas zu essen bieten? Nein. Okay. Dann ich. Wuhu, 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 wuhu. Ah, schön. Mir die einfach chillen. Herrlich. So, ähm. So, Koa, erstmal was zu trinken. Dann isst du noch mal eine Paila. Wunderbar. Dann geht's dem Mädchen auch gut. Okay, das waren jetzt nur Steine. Perfekt. Supi. So, die Blumen lasse ich jetzt einfach mal da liegen. Weil sie jetzt eigentlich relativ egal ist. Ähm. So, ich glaube drei von den Barren kann ich machen. Jo. Goldbarren ist immer ganz gut, einem Inventar zu haben. Wie viel von denen kann ich denn noch machen? Ich hab doch gar nicht so viel gesammelt. So, langsam mach ich mir's saugen um die Koa. Ah. So, na, Popo. Erstmal zur Heimatinsel. Ah. Hallo, ich wollte ihn zur Heimat. Das passiert mir jedes Mal. Ich glaube auch nicht, dass ich das im Laufe des Let's Plays nochmal korrekt, ähm, korrigieren kann. Dementsprechend wird bei mir immer dieser Fehler auftauchen. Macht aber nix. Puh, es ist so warm. Ja, ein Eis wäre jetzt nicht schlecht. Möchtest du was zu bereiten? Ist gut. Lass uns loslegen. Ich glaube, ich möchte ein Schokoladeneis. Aber du musst mir helfen, okay? Du, Faulpelz. Neues Rezept. Breite Schokoladeneis für Koa und Apropo zu. Ah, super. Schokoladeneis. Yummy, yummy, yummy. Yummy, yummy, yummy. Ne, komm, komm, lass mal gut sein. So, Honig mitnehmen. Habe ich noch eine Bienenkönigin? Nein, habe ich nicht. Stimmt, ich kann ja was bauen. Werkzeugschrank. Habe ich den eigentlich schon? Den würde ich gerne auch bauen. Dazu fehlen mir Nägel. Okay. Eine Werkstatt. Totem. Das wird schön. Ähm, ich glaube, das Totem baue ich zu den Schweinchen hier. Ich glaube, das gefällt denen. Ups. Das habe ich falsch gebaut. Das muss ich neu bauen. Ja, ist doch. Warum kann ich das... Ja, perfekt. Super. So, was kann ich noch bauen? Eine Bank. Das habe ich. So einen Schirm. Oh ja, ich weiß auch, wo ich den... Ich baue den hier hin. Weißt du was? Ich mache mir jetzt hier hinten so einen schönen Strandeck hier. Ähm, ich brauche Nägel. Ich brauche so viele Nägel. Ist jetzt die Frage, ob ich das noch schaffe oder ob ich im Boot schlafe. Ah, es ist ja erst 14 Uhr. Ich dachte, das wäre schon später. Ähm, ich habe da jetzt nicht auf die Uhr geguckt, sondern nur auf die Helligkeit des Wetters. Aber da es auf meiner Heimatinsel geregnet hat, war es dunkel. Gehe ich mal zur Akaji und kaufe mir mal ein paar Nägel von dir. Ich glaube nicht, dass die Marktfrauen hier Nägel verkaufen. Nein. Nein. Und du verkaufst Lebensmittel. Ah, genau. Ah, nee. Brauche ich nicht. Ich dachte, ich brauche noch Reis oder so, aber... Ich habe das mit der Paella ja schon hinter mich gebracht. So, hier noch ein bisschen was wiederverwerten. Bitteschön, lieber Froschmülleimer. Und ihr sagt hier immer schön Dankeschön. Ich glaube, in Japan gibt es solche Mülltonnen, die dann auch Dankeschön und so ein Kram sagen, wenn man wirklich dann was reinwirft. Ähm, weil ich eine sehr coole Idee finde. Wenn es natürlich dann auch von den Leuten respektiert wird, sage ich mal. Dementsprechend, ähm... Ja, aber hier gibt es ja... Hier gibt es ja immer wieder Besoffene, die meinen, sie können machen, was sie wollen. Und meinen, irgendwelche Städte-Eigentümer zu zerstören. Ja, bei manchen Städten ist es immer ein bisschen traurig. So, eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Komm, was ich habe, habe ich. So, was kann ich denn leben? Könnte ich bei der verkaufen? Aber nee. Nee. Fernseh. Finde ich gut, dass sich das Bild geändert hat. So, ähm... Heimatinsel natürlich. Ich will jetzt, ähm... mir einen schönen Strand bauen. Und zwar werde ich das so machen. Ich hoffe, ich brauche für den Regenschirm kein... keine Nägel. Und zwar würde ich gerne hier eine Bank hinbauen. Ich brauche zehn Nägel, okay. Aber trotzdem baue ich den Regenschirm. Äh... Ja. Ist die Frage. Brauche ich wirklich eine Bank? Ich würde am liebsten so eine Liege oder so machen. Vielleicht kann ich noch einen zweiten bauen. Nee, dazu fehlt mir. Stoff. Okay, Stoff ist aber kein Problem. Dann wird das mit der Bank einfach noch ein bisschen warten müssen. So ist es einfach. So, Kakaobohnen. So, und Schokoladeneis muss ich machen. Aber gleich Schokoladeneis ist ja auch relativ egal. Mit der Bank. Ich hätte natürlich die Bank gerne neben dem Regenschirm vielleicht. Aber es ist jetzt nicht so tragisch. So, was brauche ich denn? Dazu brauche ich einmal Schokolade. Wunderbar. So, okay. Napopo, wo bist du? Jawohl, in das Eis bringe ich jetzt der Napopo. Dann habe die... Dann kriegt die Schokoeis von mir. Hat dir das Eis geschmeckt? Ja, sehr gut, danke. Du kannst jederzeit eins von mir haben. Du musst befragen. Abgemacht. Okay, die Napopo ist glücklich. Ich muss jetzt einfach warten, bis diese blöden Blumen nachwachsen. Dann kann ich mit der Quest weitermachen. Ich glaube, dann kommen die Piraten auch wieder. Und dann könnte ich mit den... Ja, mit den anderen Aufgaben weitermachen. Vielleicht kriege ich ja dann auch irgendwann mal weiterhin Perlen, die ich hier einsetzen kann. Aber irgendwie wollen diese Blumen nicht wachsen. Na gut, dann werde ich jetzt mal Eier machen gehen und gucken, wie es am nächsten Tag ist. Ansonsten, Coatzinsel ist groß, ist schön und es wird langsam lebendig. So, mache ich mal das Gehege auf. Dann können die Schweinchen wieder rein, wenn sie möchten. Wunderbar. Ja, das kann dann ruhig ein bisschen reif auf den Teilen hier liegen. Dann warte ich nämlich, bis alles fertig ist und dann pflanze ich alles ab. So, ähm... Genau. Ja, jetzt Blume. Die Piraten sind jetzt alle weg, alle drei. Irgendwie, ich habe keinen mehr gefunden. Das bedeutet, ich glaube einfach, dass sie nach dem ersten Rennen irgendwo auf mich warten, bis ich das Rennen gewinne und dass sie dann erst wieder... Es ist doch zum Kotzen. Na gut, gucke ich mal, ob ich irgendwas anderes machen kann. Ähm... Weil ich glaube, die warten am Mitternachtsstrand irgendwo auf mich. Wenn ich... Wenn ich... Mach weiter mit Koa, Regatta... Ähm... Koa, Koa, mach weiter mit Akaji. Dafür, um weiter mit Akaji zu machen, muss ich mit Koa weitermachen. Ähm... Wo war der denn? Ich gucke mal, ob der hier irgendwo ist. Nein, hier ist er nicht. Mitternachtsstrand ist er auch nicht. Oder ist die erst abends da? Ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht soll der Schatz ja auch nur hier sein. Ja, ist ja gut. Küken, hm? Ja, ich... Bin jetzt überfragt. Ich weiß nicht, wo diese Piraten alle sind. Der andere war doch hier, glaube ich. Ne, der war hier irgendwo. Station der Elitz vielleicht. Vielleicht. Das wäre natürlich übel, wenn ich, ähm... Wenn man die jetzt nicht mehr finden würde. Sondern... Also nicht mehr auf der Karte, sondern wenn man die jetzt irgendwie alle... Manuell suchen muss. Ne, ich glaube einfach, dass die, ähm... Piraten alle weg sind. Hier ist nur die eine hier. Die mit uns nicht spricht. Bis wir diese komischen Dingspunkts haben. Und die anderen Piraten sind alle verschwunden. Also auch der Lizio ist auch nicht mehr in der Puni-Höhle unterwegs. Ähm... Dementsprechend kann ich da auch nichts machen. Dem seien... Krähen-Dingsbum ist einfach weg. Jetzt muss ich nur gucken, wo ich die... Andere Dame finde. Die Taimi. Das wäre natürlich noch eine Option. Dass ich sagen würde, okay... Ich suche dort einfach mal ein bisschen. Aber mit der muss ich auch noch sprechen. Okay, vergesse eine Insel. Aber wenn die vergessen ist... Das ist die Frage, warum. Ähm... Goldinselchen ist die auch nicht. Hier habe ich ja auch nachgeguckt. Da ist ja nur der Koloss von der Akaji. Ähm... Düster Insel dürfte auch nichts sein. Hm. Vielleicht im Schlummerwald? Auch nicht. Auch nicht. Erstmal zur Heimatinsel. Ja, die Piraten scheinen sich alle irgendwie gerade in Luft aufgelöst zu haben. Äh... Mach weiter mit Akkoa. Mach weiter mit Lithio. Sprich mit Taima. An der Puni-Höhle? Das verstehe ich jetzt nicht. Ich glaube, dass die Piraten sich alle generell aufgelöst haben. Ähm... Und dass sie jetzt warten, wie das Rennen stattfindet. Dass ich da irgendwie ein Event getriggert habe, was ich hätte vielleicht noch nicht... Ähm... Noch nicht auslö... Äh... Auflösen dürfen. Und dass das jetzt Probleme... Äh... Dass es jetzt Probleme gibt. Ähm... Weil die einfach irgendwo jetzt warten, dass ich das Rennen gegen die andere gewinne. Und dass die sich vielleicht schon aufgemacht haben. Ich nehme an, das wird das Problem sein. Ähm... Ähm... Dementsprechend deswegen ist der Grund, warum ich die Regatta nicht mehr finde. Das ist der Grund, warum ich den Lithio nicht mehr finde. Und das ist auch der Grund, warum ich jetzt die Taima nicht mehr finde. Ähm... Trotzdem werden die alle irgendwie... Ich glaube, die werden sich alle hier treffen. Aber die sind halt alle nicht da. Okay. Das bedeutet für mich eigentlich, Heimatinsel warten, bis die Blume abfindet. Ich würde auch sagen, dass ich das so mache. Ähm... Dass ich jetzt einfach offscreen so ein bisschen spiele. Bis diese Blume gewachsen ist, weil mehr kann ich aktuell nicht machen. Gehen wir nochmal kurz durch. Ähm... Ich muss diese Haku-Blume... Ich muss warten, bis die Jaya-Blume wächst. Ähm... Die Ireti wartet hier auf mich. Die Regatta finde ich nicht. Ähm... Um mit Akaji weiterzumachen, muss ich mit Koa weitermachen. Ähm... Hier muss ich auch mit Koa weitermachen. Ähm... Hier muss ich auch mit Koa weitermachen. Hier muss ich mit Akaji weitermachen. Dafür muss ich mit Koa weitermachen. Der... Äh... Dieser Pirate... Ähm... Dementsprechend, ja... Und mit Taima... Genau. Das wird wahrscheinlich das Problem sein. Ich muss das Rennen jetzt gewinnen. Und dann kann ich mit den anderen auch erst weitermachen. Ähm... Wenn die wieder da sind. Und dementsprechend würde ich sagen, mache ich genau... Ich mache es jetzt so weit, bis ich dann wieder ein paar Blumen von denen habe. So ein, zwei Stück. Die wachsen immer zu zweit. Und dann sehe ich einfach, ähm... Wie es läuft. Ne? Ich gucke da jetzt nochmal nach. Weiß ich aber allerdings nicht glaube, dass da jetzt schon was nachgewachsen ist. Ähm... Auf der anderen Seite, eineinhalb Stunden ist durchaus in Ordnung für eine Premiere. Dementsprechend wünsche ich euch bis dahin. Viel Spaß, Leute. Macht's gut. Euer Grafi. Ciao mit V. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.